Hallo und willkommen zurück. Ihr seht schon, heute geht es um die Einschulung und ich zeige euch ein paar Sachen, die wir, oder ich, meinen Kindern in die Schultüte mache. Wir haben zwei Einschulungen. Einmal für meine Tochter, die kommt in die erste Klasse und mein Sohn geht aufs Gymnasium, der kommt in die fünfte Klasse, der kriegt auch eine kleine Tüte. Und ein paar Ideen habe ich für euch zusammengestellt. Wenn ihr noch gerne ergänzen wollt, dann unten in den Kommentaren unbedingt eure Ideen hinterlassen und dann geht es auch gleich los. So, ihr seht, es ist ganz schön viel. Ich versuche mal ein bisschen strukturiert vorzugehen und zeige euch erstmal die Schultüten. Meine Tochter wollte natürlich was mit Einhorn, hat sie bekommen. Ich habe die bei Amazon bestellt, weil ich im Laden keine schöne gefunden habe, die mir jetzt gefällt oder wo ich auch denke, dass sie ihr gefällt. Die ist von Rot. Ich weiß nicht, ob das eine Firma ist, die man kennt, keine Ahnung, aber die verlinke ich euch natürlich. Und was ich ganz gut finde, die hat unten so eine kleine Plastikkappe, dass die an dem Tag auch nicht kaputt geht. Die müssen sie ja zwischendurch auch mal irgendwo abstellen. Dann hat sie da ein bisschen länger was von, denn mein Sohn konnte sich nicht gleich trennen. Der hat die noch eine Weile aufgehoben. Genau, für meinen Sohn habe ich nur so eine kleine weiße geholt. Es gab halt auch in der kleinen Größe nur Sachen für Erstklässler, würde ich sagen. Ich werde seinen Namen da noch aufschreiben, habe ich jetzt noch nicht gemacht und noch so ein paar Sticker raufkleben, damit er nicht so ganz langweilig aussieht. Aber der kriegt nur so eine kleine. Genau. Und dann habe ich, wie wahrscheinlich viele von euch, erstmal so ein bisschen Süßkram geholt. Und zwar das hier, das hier, das hier, das hier. Das hatten wir im Urlaub. Wir waren in Italien im Urlaub und das fanden die so lecker. Das gab es da auf dem Boot. Deswegen habe ich die mal mitgenommen. Aber was eigentlich so für die Einschulung ganz schön ist, ist natürlich russisch Brot. Dann kann man gleich die Buchstaben üben. Das habe ich geholt. Und natürlich Buchstabennudeln. Die habe ich einmal geholt, so dass wir die in eine Suppe oder so reinmachen können. Und auch einmal als Tütensuppe. Ich glaube, ich mache die klein bei meiner Tochter rein und die Buchstabensuppe, die fertige bei meinem Sohn. Denn der ist ja dann in der fünften Klasse. Der kann sich dann auch schon mal alleine eine Suppe kochen. Dann kriegt er die. So, das habe ich geholt. Ich glaube, bei Teddy. Bin mir nicht ganz sicher. Bei irgendeinem Laden. Das ist eigentlich nur Traubenzucker. Aber auch Super-Kräfte-Verleiher und einen Schulstress-Über-Steher. Also so ein bisschen witzig. Das gebe ich auch meinem Sohn und das meiner Tochter. Die hat ja noch keinen Stress. Ich dachte, den Stress hat er wahrscheinlich in der fünften Klasse. Deswegen kriegt er davon zwei. Und mein Sohn klaut immer meinen Tipp-Backs. Deswegen habe ich ihm mal eins geholt. Da müsst ihr so ein bisschen drauf achten. Ich bin ja Lehrerin. Manchmal dürfen die gar keinen Tipp-Backs in der Schule benutzen. Da würde ich einfach mal nachfragen. Und auch bei den ganzen anderen Schulmaterialien würde ich immer die Liste der Schule abwarten. Weil die sich schon unterscheidet. Und manchmal wollen die einen bestimmten Tuschkasten oder bestimmte Stifte oder so. Deswegen, das findet ihr jetzt hier nicht im Video. So, dann mein Sohn bekommt neben dem ganzen Süßkram noch das. Darüber freut er sich, glaube ich, am meisten. So eine Nintendo-E-Shop-Karte. Er kriegt da nicht viele Spiele. Er spart da sich immer so ein bisschen was zusammen. So von Geburtstagen und Weihnachten. Und ich dachte, jetzt zur Einschulung kriegt er mal einen Gutschein und kann sich was Größeres aussuchen. Das bekommt er noch. Und ein Rubik's Cube. Also den Original. Wir hatten schon öfter eine günstige Version. Da sind aber die Farbpunkte immer aufgeklebt und irgendwann gehen die ab. Und dann ist der natürlich nutzlos. Deswegen habe ich ihm jetzt mal einen richtigen geholt. Aber in relativ klein. Das habe ich später erst gesehen. Die gibt es auch größer. Würde ich vielleicht darauf achten, wenn ihr die kaufen wollt, dass ihr vielleicht eine Nummer größer nehmt. Ja, weiß ich nicht. Der ist so ein bisschen mini. Aber das schaffe ich jetzt nicht mehr, noch einen zu holen. So. Und dann kriegt er noch eine Brotbox. Eine Brotbox, die hat er sich ausgesucht. Und zwar habe ich ihn auch gefragt, welche wir für seine kleine Schwester kaufen sollen. Und er sagt, die mit den drei Fächern hier, die man einzeln aufklappen kann, die fand er am besten. Also er hatte schon öfter welche. Die gehen immer mal kaputt oder so. Aber jetzt für den Schulstart wollte er eine neue haben. Deswegen habe ich für ihn jetzt diese geholt. Minecraft wollte er haben. Und mit den drei Fächern könnt ihr halt, ich weiß nicht, hier ein Brot machen. Hier noch ein paar Snacks und hier ein Obst oder so. Also man kann das so aufteilen, ohne dass das immer alles ineinander läuft, wenn ihr einen Deckel für alles habt. Also so ein Tipp von meinem Zehnjährigen. Und nach der Aufteilung haben wir dann auch die für meine Tochter geholt. Die möchte natürlich Einhorn und Regenbogen. Ist die gleiche Firma, glaube ich. Die bekommt sie. So, und was bekommt sie noch? Eine Trinkflasche natürlich. Da habe ich absichtlich die kleine genommen, weil die die ja nachfüllen können. Also in der Schule gibt es einen Wasserspender und dann muss sie nicht einen halben Liter mit sich rumschleppen. Ich glaube, der Schulranzen wird so schon schwer genug. Deswegen nur eine kleine. Da könnt ihr so ein bisschen drauf achten. Manchmal gibt es die oben mit so einem Einsatz, wo man Frucht oder Gurke oder so reinmachen kann. Ich habe die jetzt ohne genommen. Ja. Und was beide Kinder mögen, zeige ich euch kurz, sind... Also am Anfang hatte ich eine andere, aber das musste dann die sein, die so aufschnappt. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht ist es bei euch nicht so wichtig. Aber die möchten sie haben. Und was ich aber tatsächlich gut finde, ist, dass die keinen Strohhalm hat. Denn die gehen immer kaputt und dann sind die unbrauchbar. Oder ihr müsst einen neuen Strohhalm holen. Und die hier... Da ist es halt nicht der Fall. Da ist einfach oben so ein Trinkloch. Oder wie man das nennt. So, die ist übrigens natürlich BPA-frei. Und die, die ich geholt habe, ist auch für Brause, wie sagt man, Kohlensäure geeignet. Denn meine Tochter mag nur Wasser mit Kohlensäure. Mal gucken. Ja. So. Dann bekommt sie noch was Nützliches. So ein paar süße Highlighter-Stifte. Die braucht sie auch. Weiß ich schon. Aber ich dachte, die findet sie bestimmt schön, weil die so bunt sind. Dann noch für den Schulhof. Ein Springseil. Hat sie noch nicht. Und ich dachte, da kann sie sowohl alleine hopsen oder mit Freundinnen. Ich habe auch noch so ein Hopse-Band geholt. Das hat sie jetzt schon ausgepackt. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber wo wir früher mitgespielt haben. Wenn man sich so reinstellt und dann hopsen die so ihre bestimmten... Ihr wisst schon. Ich verlinke es mal. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. So, das habe ich noch geholt. Und die andere Sache kann ich euch nicht so richtig zeigen. Ich versuche es mal. Und zwar habe ich so einen Namensaufkleber für sie bestellt. Ich wusste gar nicht, dass das bei Amazon geht. Ich verlinke euch mal die Seite. Dann könnt ihr unten gucken. Das heißt, ihr gebt den Namen an. Sucht euch auch ein Motiv aus. Wir haben jetzt natürlich auch einen Hörner genommen. Und dann könnt ihr die Namen auf Stifte, auf Trinkflaschen, auf Bücher und so weiter aufkleben. Das finde ich gerade am Anfang hilfreich, weil die oft noch nicht wissen, was ist denn hier meins. Die kennen ja ihre Sachen noch nicht so richtig. Und daher haben wir die auch geholt. Und dann kann sie die überall raufkleben. Ich habe jetzt 60 Stück genommen. Ich denke, wir brauchen das nur in der ersten Klasse und danach eigentlich nicht mehr, hoffe ich. Und was vielleicht noch interessant ist, die sind wasserfest. Also wenn ihr die auf Trinkflasche klebt, müssten die auf jeden Fall ein paar Waschgänge durchhalten. So. Genau. Eine Sache noch, bei meinem Sohn habe ich die reingemacht, bei meiner Tochter nicht mehr. Ich habe am Anfang so einen kleinen USB-Stick geholt. In der ersten Klasse fand ich es ein bisschen früh. Aber wenn eure Kinder in die fünfte kommen oder noch später einen USB-Stick, könnt ihr, glaube ich, in der Schule immer ganz gut gebrauchen. Und ich hatte so einen Super Mario USB-Stick für einen Schlüsselanhänger. Den verlinke ich euch auch unten. Und der war damals der große Renner. Den benutzt er auch immer noch. Genau. So, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar diese Badebombe. Die kommt auch noch mit rein. Die ist mir entgangen gerade eben. Natürlich wieder ein Horn. Und ich glaube, die wirft man einfach in die Badewanne. Und dann ist noch so ein kleines Spielzeug drin. So, das war es dann auch schon. Ich hoffe, da war vielleicht was dabei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.